Willkommen zurück zu Super Mario 3 D-Land, der ist in der Welt 5 mit einer Wiese anscheinend und viel Zeug und Steine und keine Ahnung, Wolken? Keine Ahnung, sind das Wolken? Ich weiß, ihr werdet es sehen, mit 50 lebenden 5-1, okay. Wir bekommen jetzt so ganz schnell eine neue Verwandlung und zwar den Hammerbruder Mario, was auch immer, das scheint hilfreich zu sein, ich weiß noch nicht. Wir werden es sehen, aktuell kommt es mir nur vor wie ein irgendwie aufwendiger Feuerball. Die nur aufwendige Feuerblume eben, aber wir werden sehen, was es im Endeffekt bringen wird. Naja, vielleicht kann man damit irgendwas atemberaubendes tun und hatten wir nicht sowas schon mal irgendwo? Das war jetzt nicht wirklich schwer. Ja, wer A drücken kann, ist hier definitiv ein Vorteil. Egal, auch wir haben fast zu 51 Leben, noch 3 Münzen. Egal, so, oh, 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 der hat mein Tanuki-Soot, das möchte ich haben. Nicht bekommen? Ach, ich will es draufspringen anscheinend. Auch nicht, ich reg mein Tanuki-Soot nicht von denen. Gut, dann behalte ich eben mein komisches Ding. Ein Wump mit Tanuki-Soot, das ist merkwürdig. Definitiv. Ah, Hilfe. Egal, ich will meine Sternenmünze nicht bekommen, verdammt. Da muss ich mal warten, bis er zurückgeht, dann bekomme ich meine Sternenmünze. Okay. So, mal gucken. Ich habe jetzt schon 2 von 3 und da sind diese Sandmonster schon wieder, muss ich aufpassen. Und da ist eine Tür, die in den Berg hineinführt. Diese Tür passt da irgendwie nicht hin, aber egal. Steine, fall drunter. Münzen. Muss ich überleben? Anscheinend. Ja, jetzt gibt es Battle hier. Hammerbruder gegen Hammerbruder. Jetzt habe ich so einen zweckigen Hammerbruder da unten. Schick, schick. Okay. Und dann die Teile. Kann ich irgendwie besiegen? Anscheinend. Ja, es ist gar nicht schwer. Man muss nur mal einmal springen. Na egal. Noch mehr davon. Okay. Oh, die kamen überraschend. Oh, 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 oh. Mein. Man sollte kein Leben riskieren für Leben. Oh. Das sollte man wiederum doch riskieren. Warte, was? Einfaches Springen funktioniert doch nicht? Na egal, dann brauche ich mal gerade den hier. Oh. Kugeln. Oh, ja, warte. Jetzt bleiben die Kugeln auch noch drin, weil da war es nicht drauf. Oh nein, große Kugeln. Da haben die Kerle von Nintendo sicher was einfallen lassen, was die Schwierigkeit von einigen Dingen angeht. Pokis. Naja, schwer ist das jetzt nicht unbedingt. Hätte ich meinen Tanooki-Suit, bin ich der Meinung, ich könnte da rüberfliegen, oder? Ich bin der Meinung, das wäre möglich. Egal. Schießen wir da rüber. Und scheinbar, wenn man das perfekt analysiert, bekommt man das Ziel mit einem Leben. Jupp, bekommt man. Da haben ein paar Leute von Nintendo mit ihrem Taschenrechner gesessen und haben das richtig ausgerechnet. Sehr gut gemacht, Nintendo. Level geschafft. Wir freuen uns. Das freut ein. Na gut, auf geht's ins nächste Level und zwar 5, 2. Genau, um alle zu kennen, da will ich überhaupt noch nicht hin. So. Let's go. Okay. Was ist das? Eine Feuerblume. Okay. Alles von da oben an sich, das ist merkwürdig ein bisschen. Aber warte, ich kann da unten stehen bleiben, das hat ja gar keine Konsequenzen. Wo gibt's? Spiel. Manchmal. Ah, eine Stämme, ich dachte schon, wo sind die denn? Und das ist das, was? Hallo? Dankeschön. Einfache Münzen. Oh, ich brauche eine Feuerblume. Die habe ich nie. Es reicht, langsam. Ich habe da hinten wohl irgendwas verpasst, weil ich keine Feuerblumen mehr hatte. Sollte ich da runter springen? Na, warum nicht? Komm, halt, funktioniert ja. Okay. Oh, da ist wieder so ein Geheimteil. Was bringt das wohl? Ja, ich bin so. Ist jetzt nicht so besonders, aber egal, wir haben Münzen bekommen. Okay. Hallo, guten Morgen. Dankeschön. Ich bin der Meinung, ich habe jetzt da hinten anscheinend eine Stärmense verloren, als ich die Feuerblume nicht mehr hatte. Da ist irgendwas. Eventuell die nächste Stärmense? Ich weiß nicht. Wenn das eine weg geht, kommt das nächste. Okay. Es ist vielleicht eventuell ein klein wenig... Das kann nur mit diesem Teil rumzulaufen. Nehmen wir uns noch den Bumerang zu Hilfe, um zu überleben. Warte, ist das schon das Ende? Oh, jetzt habe ich alle sterben, wenn es mir passt. Na egal, macht ja nichts. Irgendwann anders da mal. Na, na Münzen. Hey, na Münzen ist auch schön. Nehmen wir Münzen mit. Das ist auch in Ordnung. Level, geschafft. Woho. Ja. Es ist schön. Damit kommen wir auch. Oh, das ist eine Geheimbox. Aber ich hoffe, ich habe noch genug Sterbenszen hierfür, weil ich habe ja momentan einige ausgelassen. Ach, wobei, ja doch, sind genug. Ich brauche nur 40. Ich habe, das hatte ich am letzten Mal auch schon gehabt. 59 habe ich sogar. Und. Oh. Sieht starrig aus, das Level. Ich bin mal gespannt, wie schwer das wird. Na ja, schauen wir mal nach. Welt 5, 3. Na, diese Welt werden die letzte Schnapszahl für hinten und zwar 5, 5. Danach wird sowas nie wieder da sein. Es bewegt sich. Das Level scheint mir auch schon noch nicht so schwer zu sein. Wobei, was ist? Oi. Interessante Sachen sind hier drin. Und ein Hammerbruder. Äh, Hammerbruder, genau. Ja, ähm. Ihr wisst, was ich meine. Das ist so ein Boomerang-Teil. Seht ihr? So muss man das machen. Schön snipen. Man muss die Kerle so bei dem Rückwärtsgehen erwischen. Habt ihr das gesehen? So erwischt man die Blumen. So, das nehme ich mir eine Feuerbung mit, weil ich will nicht nur meinen Boomerang haben. Da kann man sogar die Kerle einfach töten. Wunderbar. Weg mit dir. Und der Midwaypoint. Ich bin mir jetzt sicher, ich habe schon irgendeine Sterne zu übersehen, aber... Ja, was... Oh, da ist einer. Was will man machen? Oh, ne, ich habe doch gar keine übersehen. Ich dachte schon, ich habe keine übersehen. Na dann. Na dann ist doch alles in Ordnung. Da, 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 da. Nochmal Feuerblumen. Ne, lassen wir mal. Ich will den Hammerbruder schon behalten. Der kann auch hilfreich werden. Hammerbruder? Wunderbarang, Bruder. Was erzähle ich da immer? Oh, hier ist wieder Sterne. Das war stylisch. Das war stylisch. Ohne Frage. Den Weg hatten wir schon mal. Das ist nicht neu. Das ist alt, Nintendo. Sieht das immer nur gleich aus? Oder haben wir... Kopieren die das immer? Das sieht immer gleich aus? Oder war das gerade jetzt anders? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Oh. Was? Ich bin noch rechtzeitig gesprungen. Was soll das Spiel? Verrauschung. Verrauschung. Oh. Eine Sternenmünze. Ich springe, glaube ich, nicht weit genug. Okay, doch. Ich springe weit genug. Aber ich glaube, ich hätte warten müssen auf meiner Plattform. Das wird jetzt nicht schön werden. Das wird knapp. Oh Gott. Ich hatte Glück. Ich habe alle meine Sternenmünzen. Ich habe trotzdem Angst, weil ich keinen Bumerang habe. Weil ich Bumerang habe, meine ich. Ich fühle mich mit dem Tanuki-Teil einfach sicherer, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich habe mir gerade gar nichts angehabt. Ich fühle mich einfach immer unsicher. Na egal. Wir sind da durchgekommen. Ohne Probleme, ohne Tod. War ein schlagartiges, schweres Level. Naja, schwer nicht, aber hey. War mittelmäßig. Maulwürfe sind hier. Monty-Maulwürfe. Ach, wir haben 55 Leben. Es sind bald ein 5,5. Das passt irgendwie. Hoffen wir es schaffen, kriegen wir diesem Level kein Leben. Ich glaube, ich hätte sogar extra kein Leben bekommen. Einfach nur, weil wir hier gleich 5,5 haben können. Der Maulwurf. Erlebe den Maulwurf aus seinem gewohnten Areal. Was dieser junge Geselle uns wohl bieten kann. Nun, wie war kam uns seine Welt? Viele unsichtbare Blöcke bieten, die nicht allzu nett sind, weil es unsichtbare Blöcke sind. Niemand mag unsichtbare Blöcke. Nintendo, niemand. Nein. Wirklich niemand. Ich habe noch keinen gesehen, der unsichtbare Blöcke mochte. Vielleicht kenne ich die falschen Menschen. Kann ja auch sein. Okay. Wunderbar. Wenigstens die wollte ich schon haben. Wenn ich sie schon so groß und deutlich sehe, wollte ich sie auch haben. Und da oben ist die nächste. Kriege ich die irgendwie? Wenn ich ein bisschen springen könnte, dann würde ich sie wirklich kriegen. So, Dankeschön. Und wir haben eine zweite Sternmensee. Und wir speichern hier mal den Savepoint. Dann den Speichelpunkt. Und gehen hier runter. Das war, glaube ich, nicht allzu intelligent unbedingt. Wobei doch, es ist okay, ist okay. Gefakte Röhren. Solange ich kein Tanuki-Autodat habe, kann ich da auch nichts entfaken. Aber warte doch, da kann man ja reingehen. Ich hätte fast vergessen, dass man da ja rein kann. Keine Ahnung, ist mir wirklich eingefallen, dass man da rein kann. Oh, endlich eine Feierblume. Das ist ab und zu ganz hilfreich. Ich glaube, der Raum war nur da, um die Feierblume zu bekommen, kann das sein. Gut möglich ist das. Also gut, ein bisschen weitergehen. Kann man den Mollwürfen mit Feuer töten? Ich weiß nicht. Oh ja, kann man. Arme Mollwürfe, sie mussten sterben wegen Feuer. Und die haben mich überrascht. Hätten mich sogar fast gekriegt, aber da ich B drücken kann, warte mal, die sterben nicht sofort durch das Feuer? Ich glaube, die sterben nicht direkt durch das Feuer. Ich brauche meinen Teil. Noch mehr Röhren? Entscheidungen? Hä? Oh, ach so. Ich ignoriere die Röhren fürs erste Mal. Ich glaube, da kann ich eh nichts mehr damit. Stimmt, die sterben nicht mit einmal. Man muss schon zweimal angreifen hier. Okay, kriege ich hier meine wunderbaren Sterben. Ja, ich kriege sie wunderbar. Wunderschön ist das. Oh, da unten gibt es noch ein bisschen Zeit. Und das war auch schon. Mehr geht es nicht. Also ich muss die Röhren schon benutzen. Ansonsten geht es nämlich wenig weiter. Und weiter geht es. Mensch, das Spiel würde sich wirklich gut für einen Speedrun eignen, da man quasi nichts machen muss im Spiel. Alles ist optional. Ich schätze mal, dass das das Richtige ist. Oh ne, die Mitte war mal nicht richtig, dass es das gibt. Nintendo, du lernst. Achso, jetzt aber den Kerl benutzen wir da hochzukommen, oder was? Ne, will ich nicht. Okay, ich muss anscheinend. Ich muss anscheinend. Gut, vergiss es, ich komme da nicht hier. Wobei, warte mal. Ich habe noch eine Idee. Ja, dann brauche ich den Kerl nicht. Moment, ich will das, warte. Ah, ich habe eh schon 56 Leben. Vergessen wir es. Nein, ah, ich wollte da nicht mehr rein. Einfach drinbleiben. Okay, aber jetzt. Okay, ah, Hilfe. Nicht runterfallen, Mario. Kann man da nicht mehr überhaupt sterben hier? Anscheinend. Was soll's? Wo mein Tanugier tut, komme ich irgendwie nie ans Leben. Level geschafft mit irgendwelchen Feuerwerkszeug. Einab. Und dein Pfad öffnet sich. Speitervorgang. Speitervorgen abgeschlossen. So, da kostet man ein Haus. Da kriegt man irgendwelche Items. Das wollen wir eh nicht. Und jetzt gibt es hier noch ein Level mit Ries und Gumbars, die Schwänze haben. Oder um es freundlicher auszudrücken, Schweife besitzen sie. Na gut. Welt 5, 5 mit 57 Leben. Letzte Schnapszahl, was die Leben angeht. Wieso stirbt? Oh, da unten kann man runterfallen, ha? Oh, ich glaube, ich würde sogar freiwillig runterfallen. So schön, wie das da unten aussieht. Ist halt nur ein bisschen viel Wasser vielleicht. Da, 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 da. Ah, die Musik ist wunderschön. Uh, eine Reihe von Gumbars. Nein, 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 nein. Ach, Mann, ich hasse diese Welt manchmal. Also, mein Tod, es hat ein bisschen gedauert, bis ich gestorben bin. Verdammter Herr, da, da. Kriege ich von dir, ich kann Tannuki auch für, du bist ein verdammter und fairer Kumba, weißt du das? Und hoch. Und hoch. Aber da ist eh nichts mehr. Stimmt, 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 da gibt es mir ja gar keinen, ähm, was auch immer. Vielleicht kriege ich aber hier jetzt ein Item wieder. Nee, ich kriege nur diese dämlichen Propeller. Denkt doch mal an die Kinder, Nintendo. Die wollen auch mal ein paar neue Sachen zum Benutzen haben. Sowas wie ein neues, tolles Item. Ich meine sowas wie ein Tanuki-Outfit zum Beispiel. Wie wär's da mit Nintendo? Ja, von dem Gumba kriege ich sowieso keinen Tanuki-Outfit. Haben ja schon oft genug rausgefunden, dass man davon nichts kriegt. Von Wolke zu Wolke, ha? Okay. Jetzt wird er wieder groß, Gott sei Dank. Und sowas wie irgendwie ein Power-Up, das gibt es nicht irgendwie anscheinend im Level. Oh, da ist eine Münze. Die haben wir erhalten, können wir so behalten? Jep, wir können sie behalten, wunderschön. Ja, Hilfe. Und, das ist hier drin wieder, ja, ein Gumba. Ein Block, mit was auch immer drin, ich werde es gleich rausfinden. Ein Pilz, ein Leben. Was ist denn da drin? So ein Radsteil, bringt mir leider nichts, weil ich kein Tanuki-Outfit habe. Uh, wie weit können wir fliegen? Das ist eine gute Frage. Wie weit können wir gehen? Ich schätze nicht weiter als so. Wobei, doch wir könnten, aber wir machen mal lieber nicht. Weil da wird irgendwas schon sein jetzt noch. Lass mich mal fallen. Ganz langsam. Okay. Das war sehr unerfolgreich. Das sind eine Sterben, die muss ich bekommen. Und das habe ich ja auch. Wunderbar. Ich schätze, ich brauche nirgendwo mehr zwischenlanden. Ich fliege einfach bis zum Ziel. Das sollte funktionieren. Habe ich mal. Jupp, ein Leben. Zwei sogar, dank dem Item, das ich dabei hatte. Wahoo, wunderschön. Da freut man sich. Hey. Schön viel Münzen. Oh, ein weiteres Bowser-Schloss, das mit Dunkelheit umhüllt ist. Oh Gott, nein. Da kriegen wir ja richtig viel Angst, oder? Oh, meine Kinderchen. Oh, warte, ich brauche hier Sternmünzen für mich, um hier reinzukommen. Wie nehme ich das denn, bitte? Na gut, von mir aus. Ich habe sie eh. Oh, die Dunkelheit ist weg. Es ist Zeit für Bowser. Lasst uns Bowser bekämpfen. Es ist zwar kein finaler Shoutdown, aber es ist Bowser. Also gut, Bowser. Come at me, Puro. Ich werde es dir zeigen. Und zwar gewaltig. Vielleicht würde ich das Level das aber zuerst tun. Ich kriege nicht mal ein Power-Up hier am Anfang. Wie schäbe ich hier. So. Wirklich keine Power-Ups, auch kommen Nintendo. Wirklich nicht mehr. Vielleicht gibt es ja jetzt hier ein Power-Up. Ich konnte es leider nicht probieren. Ja, doch, Feierblume immer mehr als nichts. Oh, wir haben gute Musik, würde ich behaupten. Hört sich gut an, zumindest. Nintendo, machst wieder... Nee, nee, hast wieder gute Musik. Ich habe zwar keine Ahnung, wer deine Musik macht, aber... Der Mann macht es gut. Der Mann macht was richtig. Ich meine, bei Spielen ist das generell immer so. Ich habe keine Ahnung, wer die Musik macht, aber... Wenn es gut klingt, dann macht der Mann, der die Musik macht, was richtig. Ach, die roten Münzen. Vergessen wir sie fürs erste Mal. Einfach ans Ziel kommen. So. Wunderbar. Das war vielleicht gerade ein klein wenig zu viel YOLO. Egal, was soll's. Ich bin ja noch groß, ich lebe noch. Das ist also kein allzu großes Problem, wenn jetzt nicht diese Lava mich überrascht hätte. Ich lebe noch. Immer noch. Oh, Bowser. Hallöchen, wie geht's dir so? Hat schon wieder so ein dämliches Teil. Ich habe leider kein Tanuki-Outfit. Das würde nicht allzu einfach werden für mich. Ja, ich bleib mal gerade hier kurz stehen. Okay. Was kommt denn jetzt schönes auf mich zu? Noch nichts, da ist er ja schon. Bowser, gehst du bitte weg. Ich komme an dir nicht vorbei, weil ich kein Tanuki-Outfit habe. Jetzt macht er wieder Feuer hier. Okay. Es ist schön, wenn er es mir einfach macht. Nein. Ich dachte, man könnte das. Wahrscheinlich kann man so, aber... Ah, verdammt. Was? Oh Gott, ich komme schon, ehrlich. Macht ja nichts. Ich werde bei Bowser schon nicht getroffen. Hoffe ich mal. Ja, ich werde bei Bowser schon nicht getroffen werden. Aber trotzdem. Aber es war gerade nicht sehr lustig, getroffen zu werden. Na egal. Okay. Aber mehr Feuer. Mehr Feuer. Wirklich schwer ist das Ganze ja wirklich nicht. Man muss aber nur wissen, was man da tut. Dann ist das Ganze ein Kinderspiel. Und dann, wenn man aber mal steckend bleibt wegen irgendwelchem Käse, dann ist das Ganze schon wieder etwas dümmer und dauert länger wieder. Dann warten wir gerade mal hier und lasst aber von Feuer nicht treffen, wenn das Feuer dann doch quasi richtig kommt. Und ein Triff schon fast dann hat man Pech. So ein bisschen. Uh. Knapp. Ach so, er macht mir den Weg frei. Wunderbar. Dankeschön. Also wenn er mir den Weg schon frei macht, nutze ich das auch gerne aus. Das war's für der Bowser. Na was ist es diesmal? Es ist Kamekuma mit einem Blatt. Naja, der Kumba war stärker. Naja, nein, nein. Nicht wirklich. Aber hey. Nein. Tschüss Toads. Doch, schau da rein. Ein bisschen Zeit. Oh Gott, der kleine Mario hat alle Soundeffekte. Und Simonson. Damit wären wir wieder ein kleines Stückchen weiter, was diese Spiele angeht und wir hätten Welt 5 somit abgeschlossen. Wunderbar. Ein weiteres Level Up und ich denke, das ist ein guter Punkt, um die heutige Folge zu beenden, da ich sowieso generell immer beende, wenn eine Welt vorbei ist. Weil das passt irgendwie immer gut rein. Eine Welt, eine Folge, das passt irgendwie immer gut. So, der heulige Brief. Mal schauen. Da ist er schon. Mario, er versteckt sich vor dir. Oh Gott, wie witzig. Nintendo. Ach Gott. Ach Gottchen. Da wehrt sie sich. Habe ich ein Leben erhalten damit jetzt gerade? Da freut er sich, der Mario und das verzaubert. Und rennt er weiter. Dann gibt es sich Mühe hier. So, das nächste, die nächste Welt. Hm. In der Himmelwelt anscheinend. Na egal. Auf jeden Fall, das war's für heute. Dann auch wieder schon bis zum nächsten Mal in Welt 6. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.